Wenn sein erster großer Film rauskommt, wird sein Leben mit Sicherheit horrible. Was macht man nun mit einer Frau, die sowas von sich gibt? Vielleicht kennt sie sie besser als sie sich. Ist dein Leben wirklich horrible? Ein Halbstaum. Vielleicht liegt es daran, dass du nie richtig verstehst, was man dir erzählt. Sei still oder ich bring dich um. Ich bring dich um. Lass das, tu es nicht. Du musst mich unbedingt heiraten. Was? Heirate mich. Nennt man das hier Heiferts-Ampfrag? Wieso nicht? Dennis wird unser Hochzeitsfotograf. Was halten Sie davon, Dennis? Mein heimlicher Traumberuf.